Eine wirklich schöne Neuerung in Camtasia 2020 sind die Favoriten. Man kann nun häufig benutzte Anmerkungen Übergangseffekte und Verhaltenseffekte in einer Favoritenliste anlegen. In der Favoritenliste kann ich mir gezielt unterschiedliche Effekte anzeigen lassen oder mir einen Überblick über alle Favoriten verschaffen. Auch lassen sich nicht mehr benötigte Anmerkungen und Effekte schnell aus der Favoritenliste entfernen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Neuerung in Camtasia 2020. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Neuerung in Camtasia 2020. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Neuerung in Camtasia 2020. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Neuerung in Camtasia 2020.